Im türkischen Fernsehen haben wir ein herrlich beklopptes Spiel in einer Gameshow entdeckt. Das Spiel ist so blöd, dass es eben schon wieder gut ist. Hier müssen Paare Lippen lesen. Wie die sich anschnauzen, auch wenn man nichts versteht, die Körpersprache sagt doch irgendwie an. Das Pärchen, Ezra und Savit wohnen in Dortmund, weshalb es in der türkischen Gameshow für sie auch deutsche Wörter zu erraten gab. Fragen. Fragen. Ob deutsch oder türkisch, beides scheint echt eine Herausforderung zu sein für die Beziehung. Ich war so nervös gewesen und es geht ja um Zeit, wir hatten einen Zeitdruck gehabt. Durch seine Mimik habe ich gemerkt, er ist jetzt am Schreien. Und das hat mich total nervös gemacht. Belkon. 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 Alman Bal-kon. Balon. Ballon. Ballon! Balkon! Ball! 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 Komm! Ja! Gewonnen haben die beiden zwar nichts, aber zumindest hatten sie sich am Ende wieder lieb.